Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute kommt kein größeres Video, sondern nur so ein kleiner Drog mit euch, weil es sich einfach bei mir zeitlich nicht ausgeht. Es ist privat im Moment mega stressig, möchte ich jetzt nicht näher erläutern, wieso. Was aber ein wichtiges Thema ist, ist das Drog-Video und zwar hat es relativ viel Dislags aufgekommen und da möchte ich einfach mich dazu mal äußern. Das Video war nie aus Clickbait-Video gedacht, es war als Video gedacht, den ich aufklären wollte, in dem ich ein paar Dinge, die mir selbstpersönlich sehr wichtig waren, unterbringen wollte. Von daher verstehe ich das Dislike nicht komplett ganz, aber ja, kann man nichts daran ändern. Was auf allere Fälle ich dazu noch sagen will, viele haben das Video einfach straight gedisliked. Sie haben sich nicht mal den Inhalt angehört, haben sich das Video nicht fertig angehört und das ist für mich persönlich schon sehr traurig, weil das eigentliche Thema fängt ja erst nach ungefähr vier, fünf Minuten an und viele haben das Video wirklich nur zwei Minuten geschaut, ist für mich keine Kritik, was ich auch noch, ist für mich keine Kritik, ist für mich jetzt keine Kritik, was aber Fakt ist, Leute, wenn ihr Kritik an mich habt, dann schreibt das bitte unter die Kommentare und ich werde daran arbeiten, das ist mir verdammt wichtig, denn ich möchte einen hochwertigen Content produzieren. Ja, das war's heute, es tut mir leid, dass das Video kürzer ist, es geht sich zeitlich leider nicht mehr aus. Hiermit bin ich raus, lasst mir einen Daumen nach oben hier, abonniert mich da oben, ciao!